Für alle Regionliebhaber, für alle am Beckenrand am Meeresspiegeldenker, für alle Grünkäufer und alle Grünfahrer, für alle Fahrradnehmer, für alle Grünparker und alle Wassertrinker. Für alle, die finden, dass ihr Versorger auch ein An-die-Welt-von-Morgen-Denker sein sollte, arbeiten wir an nachhaltigen und ökologischen Energielösungen. Für eine bunte Region, die auch Grün ist. Und unser aller Zukunft.